Hi Beauties! Willkommen zurück bei Nevener Loves. Heute möchte ich euch meine aktuellen Beauty Highlights vorstellen und verrate euch, auf welche Produkte ich bei den heißen Temperaturen nicht verzichten kann. Mein erstes Beauty Highlight sind Sonnenschutzprodukte für die Haare. Die Haare vergisst man beim Sonnenbaden ja mal ganz gerne. Dabei bekommt man durch Sonnenstrahlen, Meerwasser oder auch Chlor schnell sprühe und trockene Haare. Deshalb verwende ich zur Zeit sehr gerne das Hair Oil Spray von Call It Star. Ja, das gibt meinen Haaren Schutz, auch meine Kopfhaut und sorgt für wunderschönen Glanz. Ich sprühe das Spray immer vor dem Sonnenbaden oder auch mal zwischendurch in meiner Haare. Mein nächstes Beauty Highlight ist auch eine After Sun Haarmaske, auch von Call It Star. Die verwende ich dann immer abends, wenn ich meine Haare wasche. Gibt mir auch nochmal eine extra Portion Pflege und macht meine Haare super leicht kemmbar. Zusammen eine tolle Kombi. Genauso wie meine Haare braucht meine Haut im Sommer Pflege. Deshalb ist mein nächstes Highlight das Too Faced After Sun Spray, auch von Call It Star. Es erfrischt meine Haut, beruhigt sie, verlängert meine Bräune und es hat so schöne zwei Phasen, die ihr miteinander vermischt. Zieht super schnell ein, hinterlässt keinen öligen Film und ich finde einen Muss in jeder Strandtasche. Mein nächstes Highlight ist das Gesichtstonicum von Dr. Hauschka. Es ist ein Gesichtswasser zum Sprühen. Ich mag es besonders gerne, weil ich es sehr praktisch finde. Ihr könnt es einfach in der Früh auf euer Gesicht sprühen, auch einfach übers Make-up. Tagsüber zwischendurch. Es sorgt immer für einen frischen und rosigen Tant. Es verkleinert die Poren und mattiert das Gesicht. Besonders toll ist auch der Geruch davon. Super belebend. Mein nächstes Highlight ist der Phyto Blush Stick von Sisley. Es ist ein Rouge Stick in einem wunderschönen Korallenton. Man kann ihn natürlich auch auf Wangen, aber auch auf Lippen oder auch als Lidschatten verwenden. Auf der Haut aufgetragen lässt er sich super leicht verteilen. Die Textur wird pudrig. Und das Besondere daran ist, er gibt einen leichten Weichzeichnereffekt, den ich bisher nur aus Selfiefiltern kenne. Mein nächstes Highlight ist dieses schöne Schätzchen. Das ist der Seven Lights Powder Illuminator von Shiseido. Ich mag ihn besonders gerne. Er ist super vielseitig einsetzbar. Es ist nämlich ein Kompaktpuder, Bronzer, Rouge und Highlighter in einem. Je nachdem, was man möchte. Er hat nämlich so einen tollen kleinen Pinsel integriert. Verwendet man ihn zum Beispiel hier. Wenn ich den Pinsel hier eintauche, kann ich ihn als Bronzer zum Konturieren verwenden. Oder oben als Rouge und Highlighter. Man kann aber auch einfach alle Farben mixen. Das mache ich zurzeit am liebsten. Und zwar trage ich ihn dafür in meinem kompletten Gesicht auf. Er kaschiert dadurch Unebenheiten, dunkle Stellen und gibt mir ein wunderschönes Gesichtsbild. So, und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Highlight für den Juli. Der neue Duft Prada Candy Gloss. Er ist eine weitere Variation des allseits beliebten Prada Candy. Nur dieser hier hat eine etwas mehr spritzigere Note. Ich würde den Duft als süß, frisch und sinnlich beschreiben. Kein Wunder, er hat in der Kopfnote Kirsche und Johannisbeere. Wird aber mit einem sinnlichen Harz und Moschus abgerundet. Ich kann ihn euch auch super als Geschenk empfehlen. Weil ich finde, der Placon ist wirklich besonders schön. Und sogar die Verpackung hier ganz süß gemacht mit kleinen Lippenstiften drauf. Ein wirklich toller und auch besonderer Duft. Nicht nur für den Sommer. Habt ihr auch Must-Haves für die heißen Sommertage? Ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen. Wenn ihr noch mehr Highlights-Videos sehen wollt, abonniert doch unseren Kanal. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook followen. Ich würde mich sehr freuen. Eure Nevena von PointRouge.de Und dann auf Spotify nach dem Hintergrund. Bis zum nächsten Mal.